Wie lege ich die EP-Train richtig an? Für das richtige Anlegen der EP-Train muss das Ende mit dem eingenähten Etikett nach oben zeigen. Den oberen Bandagenrand so weit nach außen umschlagen, bis die Aussparungen der innenliegenden Pelotten sichtbar werden. Wichtig! Die Handinnenfläche des schmerzenden Armes zeigt nach oben. Bei leicht angewinkeltem Arm die Bandage über den Ellenbogen ziehen. Darauf achten, dass der innere und äußere Knochenvorsprung in der Aussparung der Pelotte positioniert wird und die ovalförmige Komfortzone in der Ellenbeuge liegt. Den oberen Rand zurückschlagen und den Sitz der Bandage prüfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017